so hi leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich bin zurück mit einem neuen spiel und zwar riders republic die open beta ist jetzt am start jeder kann sie downloaden auf ps4 und ps5 und anderen konsolen und ja riders republic ist ja der nachfolger von steep oder besser gesagt halt das neue spiel der steep mache und nimmt das ganze konzept was die eben eingeführt hat und macht das ganze noch viel 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 besser ihr seid hier wieder in einer sehr großen open world die erkunden könnt und dieses mal ist sie wirklich sehr abwechslungsreich ihr seht es ja schon es gibt schneegebiete wiesengebiete wüstengebiete und vieles anderes also martie richtig große abwechslung es gibt sehr viele neue events und viele neue sportarten ihr könnt zum einen radsport machen und ihr habt dann auch wieder wintersport und dann auch noch ein paar andere sachen die ich euch dann zeigen kann es gibt in der beta nicht alle sportarten weil das ist klar das heben sie sich dann fürs spiel auf aber man hat hier schon echt eine gute auswahl an dem was einen das spiel bieten wird zum einen habt ihr die radsport sachen wie gesagt und da könnt ihr dann unter verschiedenen sachen wählen es gibt dann diese fans jetzt wo man dann ganz bestimmte fahrräder dann zum beispiel bekommt wie es hier gerade seht und ihr habt dann auch rennräder oder also downhillräder wo man dann eben durch die berge fahren kann beim wintersport ist es ähnlich da hat man dann auch skier und fans jetzt dabei die fans jetzt sind immer so setzt wo halt eben mehr auf fun ausgelegt sind da habt ihr wieder raketen wingsuit normalen wingsuit und fans jetzt wo man dann zum beispiel in der welt finden kann und bei erkundung gibt es dann zum beispiel das schneemobil den motorschirm raketen bike und raketen ski die man dann auch noch freischalten kann in der beta könnt ihr ja ungefähr bis level 30 aufsteigen wenn ich mich richtig erinnere also zumindest bis 30 sterne oder 50 sterne oder 55 sterne genau 55 sterne könnt ihr machen bis dahin könnt ihr sachen freischalten ihr seht dann hier man kann dann mehrere sachen hier freischalten zum beispiel die radsport rennen karriere dann wintersport karriere dann schneemobil rich also rider switch da kann man dann diese bonus sachen machen snack daddy events luftsport karriere mutter schirm dann gibt es sponsoren und das hier ist dann für natürlich das fertige spiel und ihr seht da kommt noch einiges was man machen kann und das ist auf jeden fall ziemlich cool man hat dann auch sponsoren wenn man sponsoren bekommt kann man dann hier verschiedene verträge erfüllen und da gibt es immer unterschiedliche je nachdem welchen sponsor man hat und da schaltet man dann auch weitere freien ihr seht sie hier da gibt es noch viele weitere die man freischalten kann und ja das ist auch ziemlich geil dann habt ihr natürlich gibt es seasons im spiel das ist jetzt die vor season also bevor dann das spiel losgeht da gibt es am multiplayer events wie zum beispiel trick battle und da wird es dann auch weitere events geben wenn das spiel dann draußen ist dann gibt es noch die verschiedenen sachen die man wöchentlich machen kann die wöchentliche herausforderung wo man dann verschiedene challenges machen kann und wenn ihr das zum beispiel hier in der beta macht dann könnt ihr auch hier zum beispiel seht unten die ganzen outfits freischalten und so weiter das ist auch eine coole sache ja dann habt ihr noch die möglichkeit natürlich mit freunden zu spielen die dann einzuladen oder ihr könnt zum beispiel auch fotos erstellen oder events erstellen ich seht hier leute haben schon ein paar sachen erstellt das könnt ihr euch dann anschauen wenn ihr eigene fotos hochladet dann habt ihr auch hier die möglichkeit nachzugucken und dann gibt es noch den shop der ist dann auch im spiel da da kann man sich dann eben anschauen was im spiel dann später zu zur verfügung stehen wird wie das so funktionieren wird und diese sachen sind immer kosmetisch also die dinge die hier im shop sind die sind kosmetischer natur und die machen keinen besser oder irgendwie stärker im spiel also so alles ist kosmetisch und das bedeutet ja ihr könnt damit keine vorteile euch erkaufen was ich sehr gut finde ja wir sind jetzt hier in riders ridge und dort hat man dann auch die ganzen sachen die er jetzt im menü gesehen habt einfach hier die kann man sich dann hier eben anschauen kann dann die sponsoren hier verwalten dann kann man hier hingehen da hat man die snack der die herausforderung hier die trick akademie da hat man dann immer so ein bildschirm wo die neuesten news immer gezeigt werden oder zum beispiel auch die map wo man sich jetzt befindet und das kann man alles besuchen hier da ist dann der shop zum beispiel da hinten ist das foto lab und das finde ich halt geil dass das hier richtig so so ein hub ist wo sich dann die leute treffen wenn man dann zum beispiel auch crossplay anhat sind hier ganz viele leute unterwegs man kann die dann zum beispiel auch eine challenge machen und ja ist richtig nice ihr habt dann wenn ihr das steuerkreuz auswählt habt ihr verschiedene sachen die ihr auswählen könnt da gibt es noch zwei sachen die man freischalten kann aber ihr seht schon hier ne ihr könnt dann die sachen hier auswählen und dann spielen ihr könnt dann auch noch wechseln zwischen den fahrrädern und genauso bei den sportarten könnt ihr dann immer durch wechseln was ihr eben mitnehmen wollte damit was ihr fahren wollt was auch richtig cool ist und wenn wir zum beispiel mal mit dem fahrrad fahren wir können dann auch mal zum beispiel ein fahrrad event machen das ist dann hier zum beispiel dass da gibt es nämlich das erste event ich muss mal schauen wo das war da welcome riders und das können wir mal fahren wenn ihr dann zum event geht könnt ihr entweder mit dem fahrrad hinfahren ihr könnt hinlaufen und das könnt ihr machen wie ihr wollt ihr müsst aber wenn ihr dann das spiel startet müsste eine kurze einführung spielen da wird euch dann das spiel bisschen erklärt und dann wie alles funktioniert und nach der einführung könnt ihr dann auch schon leute einladen was auch noch richtig cool ist ihr seht ja hier die ganze zeit leute rumfahren und das ist auch nice das sind alles spieler also die als ki rumfahren aber den ihre sachen was die hier machen das haben alle spieler mal im spiel gemacht oder haben das mal versucht was hier passiert und das wird dann vom spiel eben dargestellt eben dass die alle hier rumfahren wenn ihr dann zum beispiel hier drauf geht seht ihr ständig irgendwo leute rumfahren was die welt wirklich sehr lebendig erscheinen lässt und ihr seht überall sind so weise punkte wo alles leute sind die rumgefahren sind die stunts gemacht haben hier zum beispiel auch ganz viele leute das ist richtig richtig cool und das trägt dazu bei dass man einfach das gefühl hat okay die welt ist sehr lebendig ich muss auch sagen dass ich lange keine beta mehr gespielt habe die so genial gemacht ist und die so spaß macht wie diese hier die steep beta war auch schon gut und steep generell war ein tolles spiel aber riders republic hebt das ganze auf ein neues level und macht das richtig richtig gut ihr habt dann auch verschiedene bikes die ihr zum beispiel auswählen könnt die ändern dann zum beispiel auch ihre statistik aber alle fahrzeuge oder eben utensilien die man hier im spiel freischalten kann die sind eben dann hier per gameplay freizuschalten also man muss da nichts kaufen oder so dann habt ihr auch noch die möglichkeit den schwierigkeitsgrad zu ändern da kriegt ihr dann xp boni und genauso ist mit den gameplay hilfen und so weiter das könnt ihr aber alles einstellen wie ihr möchtet was auch cool ist ist für die leute die steep gespielt haben könnt ihr dann noch einstellen dass ihr zum beispiel die steep steuerung spielt also dass ihr einfach die steuerung von steep übernimmt und dadurch dann es euch vielleicht leichter fällt die steuerung zu nehmen anstatt die riders steuerung ich fahre jetzt aber die riders steuerung und hab die steep landung aktiviert das bedeutet ich habe die neue steuerung von dem spiel aber ich habe die art wie man landet ist von steep und so bin ich jetzt bis hier hierhin am besten klar gekommen ihr habt dann bei diesen rennen auch möglichkeiten wo ihr die punkte machen könnt wie ihr hier seht und die rennen machen wirklich riesen großen spaß das steuert sich auch echt ziemlich gut stellenweise ist es dann so dass eventuell die kamera ein bisschen nah dran ist das ist aber etwas was ich glaube was sie noch dann verändern werden dass zum beispiel die kamera ein bisschen weiter weg ist von vom charakter denn wenn dann zum beispiel richtig viel los ist im rennen oder richtig viele leute mitfahren dann könnte es manchmal sein dass man ein bisschen die übersicht verliert aber nichtsdestotrotz ist es wirklich richtig gut gemacht und macht mega viel spaß die steuerung ist super es spielt sich wirklich sehr gut und ja ist einfach toll gemacht also das baut eben auf dem auf was schon steep gut gemacht hat und steep wurde ja sehr sehr lange unterstützt hat viele patches bekommen und seasons und wurde dann richtig richtig gut erweitert die steuerung wurde mal richtig krass überarbeitet die tricks und alles und genauso ist es dann hier mit riders republic da wurde natürlich alles was sie in steep gelernt haben dann hier weiterentwickelt und verbessert und man hat dann hier die möglichkeit eben dann zwischen den steuerungen zu wechseln was ich wirklich super finde denn nicht jeder wird dann zum beispiel mit der neuen steuerung klarkommen dann kann man einfach auf die steep steuerung wechseln und dann hat man eben damals spaß ja wenn man events beendet je nachdem wie gut man das macht hat man dann die möglichkeit natürlich aufzusteigen ihr schaltet dann auch sachen frei ihr seht jetzt hier ich kann jetzt nicht mehr aufsteigen weil ich natürlich schon sehr hoch gelevelt bin aber ich habe das event geschafft und dann geht es auch weiter und ihr könnt dann von dem ort aus einfach weitermachen ihr könnt entweder zu fuß unterwegs sein oder ihr nehmt dann das fahrrad und fahrt einfach rum und allein schon das erkunden der welt mit dem fahrrad oder egal mit was ihr in der welt erkundet macht schon so viel spaß einfach rumfahren die welt erkunden sich gewisse dinge anschauen und viele orte hier in der welt sind auch von realen orten inspiriert das ist auch ziemlich cool man hat dann hier auch sammel objekte ne zum beispiel hier kann man sich dann camps anschauen oder hier findet man zum beispiel dann neue sachen die man benutzen kann die gelben sachen sind dann meistens so ja entdeckungs orte wo man dann wieder was findet oder einen besonderen ort entdeckt und das coole ist auch ihr könnt jetzt einfach immer die sportart wechseln und dann könnt ihr einfach hier los fliegen zum beispiel zum raketensuit wo man dann auch viel schneller unterwegs ist also wenn ihr damit unterwegs seid dann könnt ihr alles viel schneller erkunden und seid viel schneller unterwegs wenn ihr die beta dann auch weiter zockt und richtig suchtet dann könnt ihr es auch schaffen dass ihr zum beispiel auch diese raketen wingsuits freischalten könnt und habt dann die möglichkeit ja dass ihr damit dann rumfliegt und wie ihr seht auf der ps5 zum beispiel sieht das spiel auch wirklich richtig richtig gut aus die grafik ist wirklich toll die die also die distanz wie weit man gucken kann ist richtig gut gemacht und es lädt auch richtig schnell also wenn ihr irgendwo dann euch hin teleportiert und so dann geht es richtig richtig fix und schnell dann habt ihr die möglichkeit zum beispiel jetzt hier könnt ihr dann hierhin fliegen dann geht ihr runter und könnt euch dann zum beispiel diese orte anschauen und dann habt ihr einen der mehr orte entdeckt die im spiel verfügbar sind und das bringt natürlich dann wieder xp oder ihr schaltet dann gewisse sachen dafür frei und es gibt dann immer auch eine erklärung dafür welcher ort es ist und ob der auch sehr bekannt ist und so weiter also das könnt ihr dann immer hier nachlesen und da wird dann auch immer ein bisschen was dazu geschrieben finde ich richtig gut war schon in steep so aber hier ist es nochmal eine ganze ecke besser gemacht und dadurch kriegt man dann auch wieder sterne und xp ihr seht ihr seht ich habe schon fast alle sehenswürdigkeiten entdeckt im spiel und dann könnt ihr einfach wieder weiter fliegen und zum nächsten ort ich werde jetzt aber mal hier gucken dass ich nochmal ein rennen hier mache ich muss mal schauen da hinten da gab es nämlich auch noch ein cooles rennen hier glacier point oder nee das war hier glaube ich das hier genau download down da gehen wir jetzt mal hin und machen das mal ihr könnt dann auch entweder hinfliegen oder ihr macht dann einfach mit dem fahrrad da seid ihr auch ziemlich schnell da und an dem ort angekommen es gibt dann auch diese roten challenges die kann ich euch auch dann gleich nochmal kurz zeigen da die sind auch ziemlich cool da muss man so geschicklichkeitseinlagen machen und die machen auch wirklich riesengroßen spaß also ihr könnt noch bis zum 28 august die beta zocken also ich kann es euch wirklich empfehlen die mal runter zu laden und euch anzuschauen das spiel ist wirklich gut für die fans von steep ist es einfach ein must have finde ich und für die leute die auf sowas stehen und eigentlich das vermissen dass es sowas gibt solche ja sports spiele die eben alles bisschen vereinen da ist riders republic schon schon eines der wenigen die wirklich so mehrere sportarten vereinen und dann auch ziemlich gut umsetzen also das fahrrad fahren und so das macht riesengroßen spaß macht dann wie ihr es hier seht auch kostüme die ziemlich abgedreht sind und auch das ist ziemlich cool dass es hier halt nicht nur ernst zugeht sondern man hat hier auch mal ein bisschen abgedrehtere kostüme aber das war auch schon in steep so da war das auch schon ziemlich cool und dann kann man hier eben dann rumfahren und das coole ist auch es gibt sehr viele anpassungsmöglichkeiten also die kostüme die man freischaltet und die sachen die man hier freischalten kann die sind wirklich alle richtig umfangreich man hat viele verschiedene skier man kann dann auch durch die sponsorenverträge und durch die ganzen rennen dann viele neue sachen freischalten und sich dann eben einkleiden wie man das möchte man hat auch so ein bisschen ein charakter editor der zwar nicht jetzt obermäßig krass umfangreich ist aber es reicht um sich eben einen zu erstellen und den kann man dann eben einkleiden und immer wieder verändern was ich auch ziemlich gut finde dann gibt es noch die massenrennen die sind auch ziemlich cool da kann man dann bis zu 64 leuten zusammen ein massenrennen spielen und die sind wirklich richtig heftig also da geht es richtig ab fühlt sich fast wie ein bisschen battle royale an ohne dass man halt wenn man stürzt gleich raus ist sondern man muss halt dann einfach wieder aufholen das ist schon ziemlich krass und die rennen machen wirklich riesengroßen spaß man hat dann auch mehrere phasen im rennen das heißt man fährt dann nicht nur zum beispiel bmx oder diese bikes sondern man wechselt dann auch zu den anderen sportarten und hat dann eben richtig große abwechslung und spaß die events sind auch ein bisschen länger also es ist dann nicht immer so dass es gleich vorbei ist auch die rennen generell sind ziemlich lange manchmal es gibt auch kürzere rennen und man kann halt alles auch zusammen mit den freunden spielen man kann bis zu acht freunde in eine gruppe einladen und mit denen dann zusammen zocken und das denke ich mal wird riesengroßen spaß machen ich habe bis jetzt schon mit paar leuten die beta gezockt und das hat auch schon riesen spaß gemacht man kann dann auch privaten pvp spielen dann einfach mit seinen freunden zusammen die events fahren sich sterne verdienen spaß haben und ihr seht es auch unten die bonus ziele die man machen kann die bringen dann auch nochmal extra sterne was richtig cool ist also ich finde wirklich dass riders republic eines der besten fun racer oder spaßspieler mit sportarten ist dies bisher gegeben hat steep war schon super aber riders republic macht das ganze halt noch viel besser und ja ich finde es einfach richtig gut also ich hätte nicht gedacht dass mir die beta so gut gefällt ich hatte auch nicht wirklich probleme oder so mit der beta ich habe wirklich sehr gute erfahrung bisher sammeln können mit der beta ich hatte nicht wirklich große abstürze oder so oder fehler mit dem server also es hat alles ziemlich gut funktioniert ich spiele aber auch auf der ps5 kann natürlich sein dass es dann auf anderen plattformen ein bisschen anders ist oder dass es zu problemen kommt aber bisher lief alles ziemlich flüssig und eigentlich ziemlich rund was ich gut finde jetzt hat mich hier reingehauen jetzt kann ich aber gleich wieder spawnen man hat dann auch noch die möglichkeit wie ihr es gerade seht in der ego perspektive das ganze zu machen aber das ist schon sehr anspruchsvoll also in der ego perspektive das zu spielen ist ein bisschen anspruchsvoll und ist auch eventuell für den einen oder anderen nicht machbar weil man dann ja auch motion sickness bekommen könnte je nachdem ob einen das dann ja was ausmacht oder nicht hier seht ihr jetzt zum beispiel ne da fährt man dann zum beispiel mit dino kostüm und es ist einfach richtig witzig wenn man dann mit diesen sachen hier rumfährt weil man manchmal auch gar nicht wirklich viel sieht ne also ich hab jetzt hier nicht den krassesten überblick aber trotzdem macht's fun damit rumzufahren und die grafik in dem spiel finde ich ist halt auch stellenweise richtig richtig gut ne also die stimmung mit der sonne hier im hintergrund das sieht schon ziemlich ziemlich gut aus und auch die steuerung an sich finde ich ziemlich geil am anfang natürlich muss man sich ein bisschen eingewöhnen mit der steuerung mit den tricks und allem und man kann ja wie gesagt in den optionen sehr sehr viel einstellen was die steuerung angeht ups da hat mich gelegt aber trotzdem ist es dann so dass die lernkurve sehr gut ist also man lernt ziemlich gut dann nach der zeit die steuerung und wie gesagt in den einstellungsmöglichkeiten da gibt es genug optionen die man auswählen kann was einem persönlich dann am meisten liegt oder was für einen persönlich das beste ist das kann man da kann man wirklich sehr viel einstellen wie gesagt für die steep fans die steep gezockt haben da könnt ihr einfach auf die steep steuerung stellen und dann ja dann habt ihr die steep steuerung und könnt damit dann das spiel spielen was auch ziemlich gut ist weil dann muss man sich nicht wirklich großartig umgewinnen ne und auch das rennen hier finde ich richtig cool weil man halt auch immer wieder die möglichkeit hat hier diese stunts zu machen und dann ja fährt man weiter oder knallt eben dagegen dann muss man wieder aufholen man hat auch noch die andere möglichkeit dass man diesen sprint einsetzen wie ihr seht wenn ich l1 gedrückt halte dann gibt man ein bisschen mehr gas und hat so eine sprint funktion die sich dann auflädt wenn man den knopf wieder loslässt und damit kann man dann zum beispiel auch wieder aufholen man muss aber schon aufpassen seht ihr ja wenn man springt dass man nicht eventuell dann in steine oder irgendwelche hindernisse rein fährt aber ja ich finde wirklich dass riders republic richtig richtig gut gemacht ist bisher und ich denke mal das fertige spiel wird einfach nur noch besser sein wie das was man hier bisher in der beta sieht die beta hat auch einen ziemlich guten umfang ich meine ihr könnt die ganze open world die es gibt in dem spiel könnt ihr frei erkunden also ihr habt wirklich die möglichkeit ich habe jetzt fast schon die ganze welt aufgedeckt und die orte zu erkunden die orte sich anzuschauen ist wirklich richtig richtig nice und vor allem gibt es halt einige orte die so viel spaß machen also allein schon das erkunden an sich macht schon mega viel spaß aber es gibt so einige orte die wirklich cool design sind zum beispiel der ort hier unten den kann ich mal markieren der ist auch so cool design und da das wollte ich nicht das war nicht geplant ich muss mal gucken dass ich hier irgendwie ja das könnte klappen genau so hochkommen und dann kann ich noch mal zu dem ort da hinten hingehen der ist nämlich auch ziemlich nice also es gibt hier viele orte die richtig richtig schön design sind und mega viel spaß haben kann und dann einfach auch rumfahren kannst dann machen kann es wird auch die möglichkeit geben wie schon in steve war dann strecken zu erstellen oder events zu erstellen und dann damit ja einfach anderen leuten die möglichkeit geben kann die events dann nachzuspielen hier zum beispiel ist jetzt so ein kleiner park in dem man rein kann der auch richtig cool designt ist ihr seht hier ein hai da hinten ist eine krake und da ist es so ein krebs oder so und das sieht auch richtig richtig cool aus und ihr könnt da einfach rein und dann wechselt ihr die sportart und könnt hier dann zum beispiel mit dem mit dem snowboard hier tricks machen punkte verdienen und ja einfach spaß haben und das mit freunden das macht dann richtig fun hier einfach dann zu gucken okay wer macht wie viele punkte man hat dann auch die möglichkeit wenn man zusammen fährt macht man zum beispiel auch mehr punkte wenn man im team fährt es gibt dann auch so einen modus wo man zonen erobern muss oder hier zum beispiel habt ihr dann auch die möglichkeit zu grinden das war auch schon in steve möglich und dann gibt es hier zum beispiel ein looping also abwechslungsreich wird hier wirklich sehr sehr viel geboten abwechslungsreich ist es auch und ja also ich finde es richtig richtig gut also wer steve fan ist der wird denke ich mal richtig richtig feiern und ja ich kann es euch wirklich empfehlen das euch mal anzuschauen ich werde denke ich mal noch ein paar videos dann zur beta machen natürlich auch zum fertigen spiel aber das ist mal so ein kurzer überblick über das was euch die beta bieten kann es gibt wirklich einiges und ihr solltet wirklich alles mögliche mal ausprobieren damit ihr so ein gefühl für das ganze bekommt und dann könnt ihr ja schauen ob es euch gefällt oder ob es vielleicht nicht das ist was ihr von dem spiel erwartet habt das ist ja jedem selbst überlassen ich finde es bisher richtig genial und mir macht es wirklich riesengroßen spaß ja das soll es dann auch für dieses video erst mal gewesen sein ich werde wie gesagt dann auch nochmal vielleicht das massenrennen zeigen dann gucken wie der koop modus funktioniert und so weiter das dann euch nochmal zeigen aber das soll es erstmal gewesen sein zur übersicht zu beta wie gesagt ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen was ihr mit den outfits machen könnt ihr könnt dann immer einstellen welche outfits ihr bei welcher sportart tragt das seht ihr da habt ihr auch nochmal die wahl aber ich habe jetzt noch nicht so viel freigeschalten deswegen kann ich dann nicht so viel zeigen aber ihr könnt es separat dann für die einzelnen sportarten einstellen was auch noch richtig gutes emotes gibt es auch euren avatar könnt ihr immer wieder ändern was cool ist also richtig richtig nice ja checkt mal die beta aus auf der ps5 ist es ungefähr so 20 gigabyte groß ps4 weiß ich jetzt nicht genau aber wie gesagt ihr könnt die beta runterladen bis 28 august könnt ihr es noch spielen schaut es euch wirklich mal an es ist richtig richtig cool macht mega viel spaß und lasst euch erstmal aufs spiel ein guckt erstmal euch die steuerung an versucht klar zu kommen wenn nicht dann ändert ihr die steuerung ihr könnt dann unter den optionen die steuerung ändern hier steep modus lande modus oder controller könnt ihr dann zum beispiel auch auf die steep steuerung stellen und dann habt ihr eben die steuerung wie ein steep und kommt damit besser klar ja das soll es dann auch gewesen sein für das erste video zu riders republic beta und wie gesagt ich werde noch mehr dazu machen und danke euch bis hierhin fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da danke ich euch für euren support und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis bald euer monster Däumchen nach oben da